Hallo meine Lieben, ich habe heute noch mal einen kleinen Action-Haul für euch. Ich muss mir gerade mal den Kassenzettel rausfischen, dass ich euch die Preise wieder nennen kann. Ja, was soll ich sagen, es kamen mit, wie immer, Umschläge. Zweimal die A4 Größe, A5 war leider aus in Wiesdorf, als ich da war, aber das macht nichts. Da nehme ich ja eh fast jedes Mal welche mit. Je drei Stück sind drin und die Dinger kosten 1,19 Euro jeweils. Ja, wird einiges verschickt, für Weihnachtspost brauche ich noch ein bisschen was. Daher müssten da wieder welche nach, wie immer. Weshalb ich vor allem hin bin, ist dieses hier. Ich habe mir einen Geschirrspüler gekauft, endlich mal. Nein, Spaß, das ist ja ein Spielzeug. Es hat vier Waschprogramme, man kann es hier oben einstellen, das leuchtet dann alles und so Geschirr ist mit dabei. Ja, ganz cool, meine Nichte liebt nämlich nach wie vor ihre kleine Spielküche, bekocht die ganze Familie damit und ich dachte mir, ja, wenn sie alle bekocht und nachher das schmutzige Geschirr bei Hand waschen muss in ihrer Spüle, wäre doch ein Geschirrspüler eine nette Idee. Ich hoffe, sie freut sich darüber, ich fand ihn einfach cool. Hat im Angebot 7,95 Euro gekostet, regulär kosten die 12,95 Euro. Ich hatte ihn erst die Woche vorher schon mitnehmen wollen, habe es dann aber mir anders überlegt und jetzt waren es 5 Euro günstiger, also zugeschlagen. Es gibt noch eine Waschmaschine übrigens, falls euch das interessiert. Ist auch gut weggegangen im Action. Dann habe ich zum einen, es gab wirklich alle Figuren, es gibt noch Harry, Ron, Hermine, Dumbledore und Dobby. Dobby fand ich aber nicht ganz so niedlich und meine Schwester liebt einfach Professor Snape. Also sie ist großer Fan von dem Darsteller gewesen, der lebt ja leider nicht mehr, aber sie liebt ihn einfach nicht nur in der Rolle des Professor Snape, auch in anderen Filmen und ja, ich dachte, das passt einfach, eine Kleinigkeit zu Weihnachten, auch wenn wir uns ja eigentlich nichts schenken. Ich musste einfach daran denken und habe gedacht, der ist cool, den nehme ich mit 2,99 Euro, wen das interessiert. Es gab, wie gesagt, sechs verschiedene Figuren in Berlin-Biesdorf letzte Woche. Dann habe ich noch entdeckt einen Badezusatz, Latschenkiefer, das liebt mein Freund. Das kriegt er noch, weiß ich nicht, so zum Nikolaus oder so, keine Ahnung, wann ich ihm das gebe oder einfach mal so. Habe ich jedenfalls entdeckt und dachte, das nehme ich noch mit. Das hatte ich nämlich noch nicht. Bei meiner Sammlung 59 Cent, kann man nichts sagen. Snape ist auch immer gut, sollte gut riechen. Dann habe ich mir ein Deo mitgenommen, ja, muss auch mal sein. Das ist jetzt hier von Darf mit Gurke und grüner Tee. Riecht ganz gut, ich habe mal so dran geschnuppert, wie es denn riecht und die Dinger halten auch wirklich eine Weile hier, diese kleinen Teile. Ich benutze ja nach dem Duschen immer eine Deo-Creme und das ist nur so für zwischendurch, wenn man mal frisch duften möchte. Das hat gekostet, ich glaube 1,49 Euro, genau. Dann muss damit wieder mal ein Körbchen. Ich nutze die ja für meine Stanzen und Stempelaufbewahrungen und auch für Designpapiere. Das ist jetzt so ein kleiner, hier sieht ihr das Format, weil meine kleinen Körbchen für die kleineren Stempelsets, unter anderem Stamping Bella, die kleinen von CC Design und so weiter, sind so gut wie voll und ich habe jetzt auch meine JM Creation Sachen da so drin. Ja, da wollte ich mal noch einen auf Vorrat, wenn da Platzmangel herrscht, damit ich noch welche aufbewahren kann. Gibt leider nicht mehr die coolen Farben. Ich habe sonst lila, pink, türkis und komplett schwarz. Der ist jetzt, ich würde sagen, ja, anthrazit, ein ganz dunkles Grau. Aber egal, es musste einfach eine neue Aufbewahrung her. Jetzt muss ich gucken, wo steht das Ding drauf. Körbchen, 99 Cent. Ja, kann man nichts sagen. Und was noch mit musste, habe ich mehr oder weniger durch Zufall entdeckt. Ich stüber ja immer mal, ob es was Neues im Bastelregal gibt und habe entdeckt, dass es von diesen Rhinestones wieder neue gibt. Es funkelt ganz schön in der Kamera. Ja, ich weiß zwar immer nicht, ob ich die ganz Großen wirklich nutzen kann. Die Kleinen und die Mittleren, ja. Aber die Großen, die sind mir fast schon immer zu groß und zu dick, so auf Karten. Mal schauen, falls die übrig bleiben, dann landen sie vielleicht mal in der Post oder so. Oder wenn jemand anders die brauchen kann. Sechs verschiedene Farben habe ich entdeckt. Je 72 Cent. Ich mag die ja total gerne. Und da ich jetzt auch meine ganzen Nuvo Drops abgebe, die Dinger nerven mich inzwischen einfach nur noch, habe ich gedacht, nehme ich mir die auf jeden Fall mit. Es sind allerdings immer wieder die gleichen Farben. Immer mal ein bisschen helleres, dunkleres Pink und Lila. Aber, oh, das ist richtig schön hier. Das ist ein richtig schönes Türkis-Blau. So, das funkelt total. Die sind so irrisierend. Das Blau ist auch richtig schön. Das sind schon richtig schöne Farbabstufungen. Ich habe drei oder vier andere Serien von davor schon und habe mal verglichen, also die sind immer ein bisschen anders vom Farb. Also es ist nicht, dass das Grün und das Blau komplett gleich ist zu der Vorgängerserie. Aber es könnte mal noch mehr Farben geben. Hier fehlt mir zum Beispiel komplett ein Rot. Grün ist immer ziemlich hell, aber gut. Was will man sagen? Die sind nun mal günstig und ich bin froh, dass ich sie bekommen habe. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen Vorrat und kann mich da wieder mit austoben. Dann wollte ich noch eine kleine Sache zeigen. Ja, jetzt keinen Schreikrampf kriegen. Es gibt sie nach wie vor nicht in Berlin. Es wird sie wahrscheinlich auch nie geben. Ich habe sie jetzt durch Glück über eine liebe Followerin, Freundin, Bekannte, wie auch immer man es nennen mag, mit der ich in Kontakt stehe, bekommen. Sie hatte nämlich Glück, dass sie die von jemandem abkaufen konnte, der welche bei sich bekommen hatte. Und wollte diese Hintergrundstanzen nicht haben, weil die halt nur ins Papier, ich zeige mal die Rückseite, die das nur ins Papier, man sieht es schlecht, reinprägen. Also die Schneeflocken nicht ausgestanzt werden, sondern nur so ins Papier reingedrückt werden. Ich finde die aber gerade cool, gerade die Hintergrundstanzen und wollte die unbedingt haben. Ja, und habe sie ihr dann letzten Endes abkaufen können. Die Schneeflocken und hier dieses Holzmuster. Das ist natürlich winterlich, weihnachtlich. Und Holz, finde ich, geht immer für vielerlei Sachen. Auch für Männerkarten super. Ja, habe ich mich sehr gefreut, dass ich ihr die abkaufen konnte. Dann mal noch vielleicht ein kleiner Aufruf. Ich glaube zwar nicht dran, aber vielleicht ist einer von euch unter den Followern dabei, die das sieht. Und der zufällig von den Stanzen was übrig hat oder was abgeben möchte, weil er sie selbst nicht möchte. Ich suche von den anderen noch einige. Und meine Freundin hätte auch gerne alle von denen. Ich glaube, zwölf waren es insgesamt. Wenn da einer was abzugeben hat, dürfte er mich gerne kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse steht ja unter den Kanalinfos. Oder ihr schreibt einfach einen Kommentar und wir gucken dann, wie wir Kontakt aufnehmen. Aber da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, wenn da was noch zu machen ist und einer noch was abzugeben hat. Allerdings zu einem fairen Preis nicht mehr als vier Euro sehe ich nicht ein. Die Dinger werden zum doppelten Preis, wenn angeboten teilweise. Da spiele ich dann auch nicht mit. Also, falls jemand von euch dabei ist und so lieb ist, was abzugeben hat, einfach mal melden. Also, ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.